Seit dem 16. Dezember muss sich ein 42-jähriger Mann vor dem Rostocker Landgericht wegen schweren räuberischen Diebstahls und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. Denny T. wurde bei einem Ladendiebstahl ertappt und soll danach versucht haben, auf Kunden und Mitarbeiter mit einem Messer einzustechen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 7. Juli im Thombaumarkt im Rostocker Stadtteil Lütten-Klein einen Akkubohrschrauber, einen Maulschlüssel und eine Drahtseilschere in seinen Rucksack gesteckt zu haben. Vorher habe er mit einem Cuttermesser die Artikelsicherung entfernt. Die Artikel hatten insgesamt einen Wert von rund 109 Euro. Beim Verlassen des Baummarktes sei der Ladendieb dann von einem Verkäufer angesprochen worden. Laut Anklage soll Denny T. Pfefferspray in Richtung des Mannes gesprüht haben. Mehrere Kunden wurden auf die Situation aufmerksam und griffen ein. Sie sollen den Ladendieb festgehalten und anschließend draußen auf eine Bordsteinkante gesetzt haben. Noch vor dem Eintreffen der verständigten Polizei soll der Angeklagte dann mit seinem Cuttermesser mit einer 12-Zentimeter-Klinge in Richtung der Zeugen gedroht haben, sie abzustechen. Etwa 30 Zentimeter vor den Zeugen fuchtelte der 42-Jährige mit seinem Messer herum. Nur durch das Zurückweichen konnte einer der couragierten Helfer einen Treffer in den Bauch verhindern. Der Angeklagte flüchtete laut Staatsanwaltschaft mit der Ware und wurde wenig später von der Polizei verhaftet. Jetzt soll sich Denny T. vor Gericht verantworten. Am Eröffnungstag wurde lediglich die Anklage verlesen. Die Zeugen sind für den nächsten Verhandlungstag am Freitag geladen. Wie bereits bekannt wurde, will der Angeklagte zu den Tatvorwürfen keine Stellung beziehen.